So, da sind wir wieder bei Spintires, dem neuen Offroad-Simulationsspiel. Der Stefan ist auch mal wieder angekommen und fährt da unten in der Matsche-Pampe und hat... Wir haben natürlich den großen Big Tasty Burger und Stefan den normalen Cheeseburger. Hätte ich auch mal lieber nehmen sollen. Boah, ich hänge doch bestimmt gleich wieder fest. Du hast die Ahnung, wo wir langen müssen? Okay. Oh, oh. Ich gucke auch mal auf die Karte. Also wir versuchen halt ganz einfach auf die Landstraße, also auf die... Auf den großen Weg hier zu bleiben? Ja, auf dem Weg zu bleiben, aber du musst halt aufpassen, das sind auch einige Stellen... Tief, okay. Sehr... Ich setze mal da den... Ach da, kannst du dir sogar den Punkt setzen? Ist ja cool. So. Sag ich? Äh, jo. Da kannst du dir sogar Zwischenpunkte setzen. Ja. Also cool. Ja, was man nicht alles rausfindet hier. Aber... Oh, und wie die Karre am Rußen ist. Oh. Also hier wird ein Klöbel hier in Deutschland durchfallen. Ja. Nix, Tief. Oh, wie der am unter Absaufen ist. Bloß nicht umkäppen. Da musst du langsam fahren. Verdammt langsam. Gut, langsam ist leicht gesagt. Einfach hier durchfahren. Fahr ruhig weiter. Ich komme schon hinterher. Ich versuche mal ein bisschen weiter links zu fahren. Oh. Ah, hier wird's. Weil das mit da, wo du fährst, so ein bisschen sehr matschig. Wow, 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 wow. Ja. Das ist ja schön ab. Unnormal. Ja, oh, die Steine hier musst du auch aufpassen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. So sind wir. Immer der Straße folgen. Ich habe mir so einen kleinen Wegepunkt gesetzt. Oh, ist das geil. Oh, hier ohne Allrad und Differential bist du echt verloren. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, oh, da kippen wir fast um. Mein Rad war schon ziemlich in der Höhe in der Luft. So, geradeaus. Also ich bin mal ganz ehrlich, alleine bin ich bis jetzt nicht bis hierher gekommen, ne? Wie nicht bis hierher gekommen? Bist du da? Ja, ich bin immer umgekippt sonst. Ach so. Oh, siehst du, ist ja was. Oh, ich fahr hier mal. Also wenn du Wasserprecher kennenzulernen hast, haben wir da, der ist nicht tief gewesen. Ne, da ist blaue Wasser. Und jetzt müssen wir hier rechts. Ja. Okay. Oh, nein. Wippt. Oh, ich hab mich richtig eingewühlt. Was? Ja, ich, noch, noch geht's. So ganz langsam komm ich vorwärts. Also im richtigen Leben hätte ich auf sowas ja keinen Bock, ey. Da brauchst du, du brauchst nerven die Schal. Das sieht man ja schon an diesem, wie heißt dieses andere Job da, Ice Trucker, Ice Route Driver. Das, das, das ist cool. Auf RTL 2 lief das glaube ich immer oder so, ne? Ja. Super RTL. Oder Super RTL. Das ist auch so ne... Jetzt muss ich mal gucken. So, ich auch. So, wir sind da. Wir haben's okay. Geschafft. Wo fahren wir jetzt lang? Das ist die Sache. Fahren wir nach unten und dann rüber? Oder wie ist das? Oder geradeaus versuchen da irgendwo was zu finden? Ich weiß es nicht. Ja, wir schauen einfach mal. Also hier ist auf jeden Fall befestigte Straße. Also das sieht schon mal ganz gut. Ich hab mir erstmal das Hauptziel markiert. Achso, Handbremse. Ich vergesse auch jedes Mal die Handbremse. Aber da fehlen eigentlich die Spanngürte oben am LKW oder am Anhänger. Achso. Ah. Fahrzeug wechseln, entladen, reparieren. Okay. Ach, das ging schon mal mit der Taste. Und was ist das? Ach, das ist Karte. Ah. Geht alles mit dem Controller. Ist ja derbe. Aber zusätzlich geht auch die Tastatur halt, ne? Sollte ja so sein, ne? Ja, bei manchen Spielen ist dann die Tastatur deaktiviert halt, ne? Okay. Pass auf diesen Huggeltop auch. Ja. Ich bin genau hinter dir. Boah, ist das. Kommst besser mit der Leitung zurecht als ich. ETS, nein, Herbert, wir spielen Spinn-Tires. Noch geht's. Versuch mir einfach den besten Weg zu finden. Hat Herbert... Hat Herbert dich auch gefragt wegen ETS? Was? Döö. Frag sogar nicht mehr. Hallo, Herbert. Das ist jetzt blöd. Herbert, ich bin in der Aufnahme. Jetzt? Ja. Ich darf ETS machen. Wieso? Weil. Weil? Der ist doch noch gar nicht. Das war erst 14 Uhr. Das geht doch um 17 Uhr erst los. Der geht um 14 Uhr los. Um 14 Uhr? Ja. War das nicht 17 Uhr? Nein, das war 14 Uhr. Ja, okay. Dann gleich mal. Aber... Wee. Dann schau dir das Video nochmal von Frenkel an. Ich war da mal, das war 17 Uhr. Nein, das war erst 14 Uhr. Ich komme nicht mehr hinterher. Wir haben zwei Varianten. Wir können hier lang fahren. Okay. Gut, wir haben da. Das ist hier ein bisschen angenehmer. Aber da musst du halt auch ein bisschen aufpassen. Ja, ich bin genau hinter dir. So. Speichert der eigentlich auch den Multiplayer oder speichert der nicht? Nee, das ist eben nicht. Ah, das ist ja blöd. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. So. Schneller, berghoch. Ach, hast du das überhaupt installiert gekriegt, den Mod jetzt? Die haben das frei verschoben. Die haben das ja echt verschoben. Wer hat was verschoben? Ja, das war eigentlich erst um 14 Uhr, haben die es gesagt. Aber jetzt ist es nicht. Also das ist doch gut. Ich habe schon irgendwie gedacht, weil es stand vorhin da so. Ah, nee. Habe ich mich jetzt festgefahren? What the fuck? Ich gucke mir gerade den Trailer an. Geil. Welchen Trailer? Ähm, Mega Trailer, ETS Monster. Achso. Scheiße. Alter. Geil. Ah. Hier stehen auch keine Bäume oder so. Oh, scheiße. Sag mal, ich setze mal kurz zurück. Alter. Winden angeboten, ja. Weil ich habe schon... Weil letztens stand da irgendwie noch 14 Uhr. Ja, genau. Jetzt steht da 6. 17 Uhr. Ich war da mal, da stand die ganze Zeit 17 Uhr. Ja, los. Alter, ey. Pass auf den Anhänger auf. Ja, ich lenke da schon gegen. Boah, die Schleifte sind nicht dabei gewesen. Oh nein. Ah. Ah, der wühlt sich da auch fest. Ah, bin ich jetzt raus? Boah. Boah. Aber glücklicherweise. Aber das ist voll hier so eine Wiese, wo du so einsinkst ohne Ende. Aber weißt du, dass es ab mir hier nicht geht? Ich kann es bei mir eigentlich nicht aus der Leer. Oh, toll. Jetzt wühle ich mich schon wieder fest. Ich versuche rauszukommen. Nein, ich umkippen. Ist die ganze Wiese so? Das ist ja deine Scheiße. Eigentlich, eigentlich nicht. Aber ich versuche dich hier rauszuziehen. Ich versuche mal ein bisschen rückwärts. Ja, hier geht es. Nies. Nun wühl dich da mal durch. Ah. Ich komme immer so ein Stückchen weiter. Und dann. Aber irgendwie. Oh, 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 oh. Ich komme jetzt. Ist meine Ladung zu schwer oder so? Oh, schon wieder fest. Oh. Was? Die Mäuse ist da. Und genau? Die Mäuse. wer hat der team holz ist er ist auf meiner freundes liste ach so ja du hast ja fast jeden habe ich ja eben schon angenommen was soll jetzt jetzt ist er da ja jetzt go winde zieh mich raus fährst du rückwärts ne ach so differenzial ja ich komme raus ich komme noch raus ja über die wiese ja weiter leise hast du dich jetzt auch festgefahren ach so danke fürs reinschalten bis später auf der wiese tschüss bis später